Meine erste Opel Adam Ford hat mich Gott sei Dank über eine Autobahn geführt, worüber ich mich sehr gefreut habe, weil man dann natürlich das Auto komplett ausfahren kann und sieht, wie es fährt, weil es so flitzermäßig rechts rein in die Kurve, links rein, nicht so krass, aber so ein bisschen so war. Und man hat das echt gemerkt, dass es ein stabiles Auto ist, mit dem man auch Sicherheit hat, wenn man da mal schnell irgendwo lang fährt.